und kurz wieder meine Freunde Hafti hat's gewagt man er bringt jetzt auch Pizza raus wie Kappi Kaltbrä man schwind, Hafti, muss das sein man? Eisdie war ja schon, wie gesagt du hast den Eisdruck rausgebracht als der Mark übersättigt war und jetzt Pizza? willst du wirklich die Kappi Kopie sein? wie gesagt, bei Kappi klappt er hat viele kleine Kinderfans aber deine Fans sind so 18, 16 ich glaub nicht, dass ihr auf Pizza reinfallen und wie soll denn der Pizzaname heißen? 069 roh? oder Schaubus, wissen wer die Pizza hat? oder was geht denn da ab, verdammt nochmal? ok, ich denk mal, dass die Laras und die ganzen Frankfurter Ticker sich die Pizza auch mal gönnen werden aber wer wird dann bitte schön auf relax sagen ich hol mir mal ne Gangsterella oder so da wirst du ja ausgelacht, verstehst du? nur Fronthaft, du bist Legende, man aber mit Rap, aber doch nicht mit irgendwelchen Idika-Produkten willst du den Supermarkt aufmachen? den 069 Haftbefehl Schaubus, wissen wer der Babo Supermarkt, willst du den als nächstes rausbringen? Geld ist ja schön und gut aber was willst du denn sein? ein Supermarkt-Verkäufer oder ein Rapper, entscheide ich mal Business-Geld schmeckt aber man muss seine Prinzipien haben ok meine Freunde, das ist fast wie voll ein Boost Abonnier und gleich nicht, vergiss meine Freunde bis zum nächsten Mal meine Freunde bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020